Wir sind in einem Saal voller Autos, weil wir im Autosalon in Genf sind. Du bist ein verdammter Fuchs, du hast brutal gut kombiniert. Und ich würde vorschlagen, heute machen wir es wie die Rallye eines Sportautos. Das heisst, wir zwei drehen komplett durch hier. Wir schauen mal, wie viele Models passen in so ein Bücher. Ist gut? Dann möchtest du einfach schauen. Also komm, ich opfere mich selbst los. Also schauen wir das an. Also wir sehen, es passt ein Model in ein Bücher. Da pöpperlt jedes Herz von jedem grünen Politiker. Bastien Chiro. Er geht ihm auf. Der würde ihn jetzt gleich hier abblicken und würde nie mehr aufstehen. Mein Gott. Ich würde Bastien Chiro ausweisen lassen für das Auto. Ich nicht. Würdest du dich in diesem Auto nehmen lassen? Oh ja, natürlich. Sicher? Ja, natürlich. Das tut mir mega leid, Julian. Das tut mir mega leid, Julian. Das tut mir mega leid, Julian. Oh, oh. Ich weiss, sie ist blond und du bist jetzt... Ja, ja, ja. Sie lügt sich an. Sie lügt sich an. Nein. Mit dem Auto würde keine Frau dich ernst nehmen. Doch. Nein, da ist kein Auto, da ist ein Velo auf ihr da. Ich komme heute Abend nach Hause und die Leute fragen, Hey Julian, wir sind ein Auto gewesen im Autosalon. Was hat das Auto gehabt? Ja. Ja. Ja, dann ist sie halt dünn und schön. Sie sind einfach alle dünn und schön, die da sind. Ist doch gleich. Ich könnte auch da bei einem Auto stehen. Schau. Schau, ich kann auch so. Schau. Ich habe einfach mal gehört, dass es mit dem Benzinverbrauch gar nicht so tragisch ist, weil Benzin macht es jeden Tag Neues. Das ist kein Problem. Das ist falsch, Julian. Da hätte ich heute wieder jemanden angelagert. Nein. Das habe ich aus zuverlässigen Küllen erfahren. Julian, er kauft jetzt nicht irgendwie so ein Auto, das so mega viel Benzin verbraucht, sondern er lasst auf sein Homie den Papst und hat das Papstmobil entdeckt an der Automesse in Genf. Silent Party. Ah, das ist mit den Kopfhörern. Ich bin ja nicht ein Mädchen, das auf dem Auto steht. Aber wenn ein Mann mit dem Auto mich abholen würde, dann würde ich ihn vom Fleck wegheiraten. Ich gebe es voll zu. Ich meine, wow! Baby! Kann ich ein wenig allein sein mit dem Auto? Gut, ich gebe dir einen Moment. Ist gut. Ich muss ein wenig allein sein. Ich brauche eine Zeit mit dem Auto. Du siehst diese unglaublich wunderschöne Kurvenführung. Es sieht voll natürlich aus. Es passt einfach alles so zusammen. Ja. Auch seine Armut und die Grazie, die es ausstrahlt. Voll krass. Nicht einmal ich als Frau kann mich da wehren und etwas Negatives sagen. Unbedingt so drinnen schauen, was da so alles auch an Technik vorhanden ist quasi. Genau. Also die Hardware quasi. Richtig. Die Hardware auch von euch mal anschauen. Wie sagt man, unter die Haube schauen, was da drunter steckt. Und das Auto ist auch schön, finde ich. Voll. Ist das wahr? Ja. Wie kenne ich dich? Ich kenne mich Florent. Ich gebe dir eine Geschichte mit zwei anderen Männern. Die sind in der Pause des Jeuners. Also hier. Ihr seht sie nicht. Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Aber er heisst Florent und er ist wunderschön. Verstehst du, wie ich meine? Okay, merci bien. Danke sehr. Au revoir. Ich suche dieses Auto heute für mich. Was würde mir so für ein Typ stehen? Was für ein Auto würdest du mir passen? Ich habe euch jetzt einen Q5 gesagt. Einen Q5. Einen Q5? Das ist doch der Jeep der grosse. Können wir ihn schön anschauen? Etwas Mächtiges. Ja. Etwas Mächtiges. Also ich fühle mich wohl hier im Q5. Obwohl mir gesagt wurde, das ist ein kleines Getriebe. Und das passt zu mir. Hier hinten ist definitiv so die Ecke der Stoffe, aus dem die Träume sind. Nein, nein, nein. Da ist definitiv die Ecke von allen Männern. Einen kleinen Benzinverbrauch haben sie. Julian, darf ich das haben? Bitte. Ich möchte das Auto adoptieren. Es sollte mir noch jemand sagen, es kommt mir auf die Größe an. Gell? Ich möchte das Auto adoptieren. Ich möchte es nachher herzlich anlegen. Und in den Arm nehmen und kuscheln. Und dann in den Shopping gehen. Und dann durch das Pedalen. Oh, ich möchte das haben. Schau, wie herzig. Einen langen Tag hier am Salon d'Otto, wie du sagen würdest. Nein, nein, nein. Für alle Arten RTL 2 zu Schauer, Autosalon Genf. Man kann hier ja nicht nur Autos anschauen, liebe Julian. Man kann hier flirten. Ausser du heisst Julian Thoma, dann geht es eher nicht. Jetzt haben wir gesagt, ich habe unser Getriebe. Genau. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier im Hip-Hop-Auto. Um ein bisschen chillen und hängen. Ein bisschen Fernsehgarten. Der 50 Cent hat Freude daran. Ich glaube der 50 Cent ist auch da irgendwo. Ich glaube irgendwo. In so einem Fäckchen hier. 50 Cent. 50? 50 Cent? 50? Was machen wir denn du?